Okay, ich glaube, der Frosch hilft uns wirklich. Finde ich cool. Das ist bestimmt irgendein verzauberter Frosch. Wieso ist der Wald gar nicht mehr so schön? Stufe 4. Sehr schön, Stufenaufstieg. Ah, perfekt, das war es ja schon. Alchemie-Gemisch, Dreimnage oder so. Entzieht allen Lebewesen in der Umgebung Fosonen. So, die Frage ist, gibt es hier oben was? Sieht immer so aus wie so eine Leiter, die man benutzen könnte oder so. Aber hier scheint nichts zu sein. Naja, gut. Andere Seite. Kann ich die nicht kaputt machen? Hm, anscheinend nicht. Aber das hier kann ich kaputt machen. Nein! Ah, es war so klar. Es fällt natürlich bis nach unten. Wohin denn auch sonst? Minibosse. Aua. Okay. Wir schaffen das. Oh, wir schaffen das nicht. Okay, doch, wir schaffen das. Wir schaffen das. Was wird das denn, wenn es fertig ist? So, okay. Oh nein, ich bin gefallen. Nein, der heilt sich. So, aber nicht. Freundchen. Sehr schön. Wir schaffen das. Geschafft. Juhu. Es dauert zwar immer ganz schön, aber wir haben es geschafft. Es ist aber trotzdem schwierig. Es ist echt verdammt schwierig. Da muss ich mich erstmal dran gewöhnen. So, da vorne ist Rest. Da steht ja echt Rest. Wieso sage ich denn immer Rest? Äh, Rast? Was? Da ist eine Öffnung. Unpassierbar. Aha. Nächstes Unpassierbar. So, ist denn hier sonst noch was? Nö, anscheinend nicht. Aber das ist jetzt nicht das Loch, oder? Was gemeint war. Ich glaube nicht. Oh, hier können wir wieder was pflanzen. Das sollten wir vielleicht dann auch mal machen. Sehr schön. Ach ne, hier wollte ich noch gar nicht dran. Ich wollte jetzt erstmal die Karte kaufen. Die Gebietskarte. Sehr gut. Dann haben wir das nämlich auch schon mal. So. So, und dann geht's weiter. Würde ich mal meinen. Okay. Wartet mal, hier unten ist doch. Eine Krotte. Moment mal, was sagt denn meine Gebietskarte? Mhm, 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 mhm. Okay, also wir können da entweder hoch gehen oder unten weiter gehen. Gucke ich mal eben noch hier. Okay, da geht's dann rein. Aber da war eine Kiste. So, dann gehen wir jetzt hier erstmal weiter. Okay. Oh, dreh dich rum. Oh, dreh dich rum. Okay. Ah, es ist gar nicht so leicht, wie es aussieht. Und es sieht überhaupt nicht leicht aus, finde ich. Aber immerhin haben wir jetzt unsere neue Fähigkeit erworben. Was haben wir denn da jetzt bekommen? Schlitter Salve. Aktive Fähigkeit. Feuert mehrmals in die Luft, während du an Gegner vorbeirutscht. Aha. Boah, ich hoffe, wir können wirklich diese versteckte Fähigkeit hier noch finden. Schau zurück zu dem kleinen Loch, nachdem du hineingesprungen bist. Welches kleine Loch? Na ja. Wir haben ja noch ein Stückchen. Also ich bin gespannt, ob wir es bis dahin noch finden. Wenn nicht, dann werde ich selbst danach gucken. Also privat. Ob ich das finde. Wenn ich es finde, dann werdet ihr das sehen. So, komm doch auch noch her. Hier geht es jetzt weiter. Miniboss. Wow, okay. Oh, 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 der Miniboss ist stark. Okay, es geht. Ich habe mich nur ziemlich oft treffen lassen, das ist alles. Ja, jetzt geht es doch noch besser. So viel dazu, der trifft mich hier schon nicht. Ja, ja, ja. Okay. Gleich verwandelt er sich wieder. Oh, verdammt. Ich glaube, ich treffe ihn, ja. Ja. Na. Meine Güte. Sehr gut. Wir haben es geschafft. Puh. Das war schon schwierig. War schon schwieriger, auf jeden Fall. Man soll es nicht glauben, aber doch ist es wahr. Ah, hier ist schon wieder so eine Blätteröffnung. Hm. Aber sonst ist hier nichts. Doch, hier noch. Aber ansonsten. Hm. Ich weiß echt noch nicht, was die mit dem Hinweis meinen. Keine Ahnung. Echt, keine Ahnung. Aber wir finden das bestimmt noch heraus. Bisher haben wir es immer herausgefunden. Oh, ich habe ja da noch Sachen gefunden. Die könnte ich mal ausrüsten. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Bewegungsgeschwindigkeit. Und das. Ah, jetzt bin ich klein. Frage ist nur, warum bin ich jetzt klein? Warum bin ich klein? Was bringt mir das, wenn ich klein bin? Eigentlich nichts. Hm. Hm. Na, dann bleibe ich halt erst mal klein. Gehe ich erst mal klein weiter. Oh. Jetzt ist es vorbei. Na, dann gehe ich erst mal normal groß weiter und gucke dann halt. Ach, guck mal. Hier ist noch so eine Pflanze. Und dann gucke ich halt einfach, was genau das bringt, wenn ich jetzt klein bin. Das könnten wir ja mal essen. Alles. Vielleicht kriegen wir ja dann noch mal ein Level-Up hin. Yay. Sehr gut. So, Level 7. So, Level 7. Ja, sie dreht sich leider nicht so schnell, wie ich es gern hätte, dass sie sich drehen soll. Aber naja. Aber naja. Sehr gut. Na, es ist schon mal alles nicht so schlecht mit ihr. So, jetzt müssten wir mal gucken, wofür wir vielleicht diesen Winzlingstrank benutzen könnten. Ich habe nämlich noch keine Ahnung. Ich glaube, ich gehe erst mal hier rein. So, ich gehe jetzt mal hier rein. Ah, hier. Der Eingang ist zu schmal. So, das bedeutet... Nee, wir müssen da hin. Dann nochmal hier hin und dann den Pilz benutzen. So. Okay. Soweit, so gut. Es ist nur noch die Frage, wie ist das mit diesem Loch gemeint? Aha! Nö. So war das bestimmt nicht gemeint. Ich kann meinen Angriff nicht einsetzen hier. Das ist natürlich voll doof. Okay, Moment. Ich muss nochmal auf die Karte gucken, glaube ich. Oder haben wir es doch gefunden? Oh, wir haben es doch gefunden! Du hast Trotz erworben. Du regenerierst mehr Stärke, wenn du Schaden erleidest. Ja, das ist doch cool. Da haben wir es doch gefunden. Und ich dachte, wir hätten es nicht gefunden. So, Trotz haben wir direkt mal aufs Maximum verbessert. Ja, das war tatsächlich hier der geheime Raum. Alles klar. Mensch, dann können wir uns ja jetzt darüber freuen, ne? Jetzt müssen wir nur noch zurückkommen. Aber das schaffen wir. Das kriegen wir auch noch hin. So, hier. Dann hier durch. Und hier durch. Ja, und da ist schon wieder eine Kampfgegend. Da würde ich eigentlich ganz gerne warten, bis ich wieder groß bin. Wie werde ich denn wieder groß? Ah! Perfekt. Ich habe ja alles gefunden, was ich finden wollte. Es ist schon recht cool, hier so mit ihr rumzuschießen, muss ich gestehen. Ach. Wenn sie das bloß nur alles zur richtigen Seite machen würde hier. Stärke ist niedrig. Okay. Stärke ist schon wieder da. Ach, die sind ja auch schon alle kaputt. Was sind die denn auf einmal alle hin? Oh mein Gott. Da sind sie auf einmal alle weg. Und ich denke mir so, hä, wo sind sie? So, das hätten wir auch geschafft. Dann können wir jetzt zum Boss gehen. Yeah. Ab zum Boss. Ich habe das Gefühl, dass die Gebiete hier recht klein sind. Oder meine ich das nur bisher? Könnte auch sein, dass ich das nur meine. Aber vielleicht meine ich das auch nicht. Es sieht sehr klein aus, alles bisher. Aber das kommt bestimmt noch. Warum glühe ich denn so? Ich habe keine Ahnung. Miniboss. Auch das noch. So, Moment. Moment. Okay, wo ist denn mein Miniboss eigentlich? Ach, da ist er. Wieso leckt mein Spiel eigentlich manchmal so? Das ist echt furchtbar. Ach Gott, da ist er ja schon wieder. Komm, steh auf, steh auf. Ah, das war so klar, dass der nochmal los sprintet. Moment. Warte mal kurz, ja? Ja. So, wir müssen... Ach, wir müssen da echt vorsichtig sein. Ich bin jetzt getroffen oder nicht? Stärke niedrig. Ich bin jetzt getroffen, ich bin jetzt nicht getroffen, ich bin jetzt nicht getroffen. Sehr gut. Oh Mann. Das ist gar nicht so einfach, Mensch. Trotzdem haben wir noch ein S bekommen. Und das, obwohl wir uns hier so schlecht anstellen. So, ich glaube, ich habe schon wieder ein Ausrüstungsteil bekommen. Genau, Schutzring. Ausgelitten... Äh, ausgelittener. Ausgeteilter und erlittener Schaden steigen um 10%. Nehme ich lieber mal das. Ich glaube, bei ihr sollte ich lieber eher mehr auf Defensiv gehen, als auf... Ich bin falsch gegangen. Als auf Offensiv. So, jetzt holen wir uns hier noch die Kiste. Und dann war's das. Dann können wir zum Boss gehen. Ja, man merkt, ich komme mit der Steuerung noch nicht so richtig zurecht. Also, sie ist... Finde ich, ähm... Ich finde, sie dreht sich zu langsam. Da habe ich dann schon wieder zur falschen Seite geschossen. Aber vielleicht meine ich das auch nur. Ich weiß es nicht. Es könnte auch sein, dass ich das einfach nur meine. Und eigentlich ist das gar nicht so. Aber das ist halt hier auch so ein Ding, ne? Mit diesem Rutschgedöns hier. Um diese ganzen kleinen Pünktchen jetzt hier noch zu treffen. Dafür muss ich nämlich jetzt rutschen. Was ziemlich doof ist. Also, vielleicht lasse ich das dann auch einfach weg oder so. Mal gucken. So, Bosskampf? Ja oder nein? Ich weiß es noch nicht. Ich glaube, ich esse erstmal noch die Sachen hier. So. Dann gucken wir noch eben bei den Fertigkeiten. Wir haben immerhin drei Talentpunkte schon wieder. Dafür brauchen wir vier. Erhöht alle geheilten LP um 20%. So. Perfekt. Dann mal los. 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 Das war's für heute. Die Frau der Schmutz-Gerlose ist sehr stark. Aber Sie haben nur die Pfeife-Gerlose. Ozuwar! Die Schmutz-Gerlose haben die Schmutz-Gerlose. Sie können die Frau selbst probieren. Oh oh, wir müssen gegen Oswald kämpfen. Oswald, der Schattenkrieger. Sehr gut. Ja, das sieht doch ganz gut aus bisher. Wir könnten mal noch eben gucken, dass wir das hier vielleicht auch mal ausprobieren. Oh Gott, der ist voll schwarz geworden. Oh Gott, der ist voll schwarz geworden. Wow, wow, wow. Wow. Wieso ist der auf einmal so schwarz wie so ein Monster? Okay, jetzt ist er nicht mehr so schwarz. Ich bin hier echt so konzentriert mit ihr. Da kann ich irgendwie gar nicht mehr sprechen, merke ich gerade. Ist mir gerade mal so aufgefallen. La la la. Ah, die da oben lebt ja immer noch. Oh oh. Ach, Mensch, Leute. Okay. Ah, er ist eh gleich tot. Sag ich doch. So, immerhin Stufenaufstieg. So, immerhin Stufenaufstieg. Ich bin, Herr Stufenaufstieg. Ich weiß nicht, dass die Hände nicht sterben können. Die Hände der Hände sind die Hände. Wenn ich diese Hände benutze, dann komme ich zurück. Ich weiß nicht, ob ich die Hände für die Hände? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich die Hände benutzen kann. Ich weiß nicht, ob ich die Hände benutzen kann. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, das ist mein Geheimnis. Ja? Ich kann nicht. Du bist ein Doku-Gaerchen. 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 Ach Mensch, das ist genau so, wie ich gedacht habe. Ach Mensch. Ist ja eigentlich lustig, oder? So, Streuschuss. Schießt mehrmals in einem kreisförmigen Muster. Das hört sich ganz gut an. Ist doch cool. So, hier haben wir auch noch ein ganzes Gebiet. Und hier haben wir auch noch ein ganzes Gebiet. Aber diesmal haben wir nicht so viele. Kann das sein? Oder ich meine das nur. Kann natürlich auch sein. Naja, gut. Dann werde ich jetzt mal speichern. Und dann werde ich auch sagen, ich mache im nächsten Part weiter. Bis dahin. Tschüssi. Tschüssi. Tode. Vielen Dank.